Die größte deutsche Fluggesellschaft Lufthansa und der Betreiber des Flughafens München haben vor kurzem bekannt gegeben, dass der Flughafen in Zusammenarbeit erweitert werden soll. Wie diese Erweiterung aussehen wird, wie das Internet darauf reagiert und welche interessanten Zahlen aus Frankfurt und München zu diesem Thema jetzt spannend sind, das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Eine Sache wollte ich unbedingt vorweg sagen und zwar, ich kann das durchaus verstehen, wenn man einen der beiden größten deutschen Flughäfen besser findet als den anderen, interessanter findet, was auch immer. Man wohnt vielleicht in der Nähe, hat irgendwelche positiven Urlaubserinnerungen zu dem jeweiligen Flughafen oder arbeitet vielleicht sogar dort und ist damit tagtäglich am Erfolg des jeweiligen Flughafens beteiligt. Aber was nach dieser Ankündigung zur Erweiterung des Münchner Flughafens im Internet schon wieder auf einigen Newsseiten in den Kommentaren abgegangen ist, Leute, diskutiert von mir aus auch sehr gerne hier unter dem Video in den Kommentaren darüber, welcher Flughafen für euch schlechter oder besser ist als der andere, was auch immer. Aber respektiert dabei natürlich, dass ihr eventuell jemand anderes auch eine andere Sicht auf die Dinge hat. Also alles cool, bloß kein Stress. Ich für meinen Teil versuche jetzt in den nächsten Minuten nur wieder die wichtigsten Informationen mehr oder weniger neutral für euch zusammenzutragen und den ein oder anderen Denkanstoß zu liefern. Und dann freue ich mich sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema. Am besten fangen wir einfach mal ganz vorne an. Der Frankfurter Flughafen ist mit einer Passagierzahl von 69,5 Millionen im vergangenen abgeschlossenen Jahr, also im Jahr 2018, der größte Flughafen hier in Deutschland. München mit insgesamt 46,3 Millionen Passagieren im Jahr 2018 findet sich damit auf Platz 2 wieder. Damit ist der Frankfurter Flughafen nach London, Paris und Amsterdam der viertgrößte Flughafen in Europa. München findet sich in dieser Liste dann auf dem achten Platz. Wenn man jetzt mal in die noch aktuelle Verkehrsstatistik der beiden größten deutschen Flughäfen reinschaut, dann findet man für dieses Thema echt ein paar interessante und auch sehr gut vergleichbare Informationen. Während die Gesamtzahl der Passagiere am Flughafen München im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 um 3,8 Prozent angewachsen ist, verteilt sich dieses Wachstum unterschiedlich auf Passagiere, die am Münchner Flughafen umsteigen und die, die es eben nicht tun. Fast 7 Prozent beträgt der Zuwachs bei den Umsteigepassagieren am Münchner Flughafen, die jetzt bei der Gesamtzahl der Passagiere an diesem Flughafen einen Anteil von fast 40 Prozent einnehmen. Was an sich ja schon mal ein Zeichen dafür ist, dass am Münchner Flughafen nun mal sehr viele Leute umsteigen. Gut. In Frankfurt, zum Vergleich, war dieser Wert im Jahr 2018 nochmal eine ganze Ecke höher mit 55 Prozent Umsteigepassagieren. Wir gehen wieder zurück nach München und finden da heraus, dass die Anzahl der Flugbewegungen im Jahr 2018 um etwa 2,2 Prozent zugenommen hat im Vergleich zum Jahr 2017. Und das wiederum deutet darauf hin, dass es nicht nur mehr Umsteigepassagiere gab, sondern dass in München die Flugzeuge auch entweder besser ausgelastet waren als im Jahr zuvor oder ganz einfach im Schnitt größere Flugzeuge am Münchner Flughafen verwendet wurden. Zum Vergleich geht es wieder rüber nach Frankfurt. Dort findet man für das Jahr 2018 ein Wachstum bei den Passagierzahlen von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Flugbewegungen im Jahr 2018 aber auch um 7,7 Prozent, was wiederum bedeutet, dass die Anzahl an Sitzplätzen bzw. auch die Auslastung der Flugzeuge am Frankfurter Flughafen ziemlich gleich geblieben sein muss. Das heißt, ganz einfach gesagt, am Frankfurter Flughafen benötigt man für 8 Prozent mehr Passagiere auch 8 Prozent mehr Flugzeuge und das ist jetzt eben der große Unterschied zum Münchner Flughafen. Dort saßen im vergangenen abgeschlossenen Jahr, also im Jahr 2018, im Schnitt etwas mehr Leute im Flugzeug als vorher bzw. die am Münchner Flughafen eingesetzten Maschinen waren ganz einfach größer als noch im Jahr zuvor. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, dass wir kurz vor Ende des Jahres 2019 über Zahlen aus 2018 quatschen, was ja schon eine ganze Weile her ist, aber Zahlen für das abgeschlossene Jahr 2019 gibt es halt ganz einfach noch nicht. Es zeichnet sich aber logischerweise schon längst ein Trend ab. Am Frankfurter Flughafen wird man höchstwahrscheinlich unter einem Wachstum von 2 bis 3 Prozent rauskommen, was man sich eigentlich für dieses Jahr als Ziel gesetzt hatte. Und am Münchner Flughafen wird man bei den Passagierzahlen höchstwahrscheinlich ein Wachstum von um die 4 Prozent verzeichnen können. Vor allem ermöglicht durch neue und häufiger frequentierte Langstrecken. Aber das sehen wir dann alles ganz genau schon in ein paar Wochen, wenn die entsprechenden Zahlen veröffentlicht werden. Und mit diesem Wissen lässt sich jetzt zumindest schon mal ganz gut erahnen, was die an beiden Flughäfen größte Fluggesellschaft Lufthansa in den letzten Jahren und Monaten auch maßgeblich beeinflusst hat. München wird immer und immer weiter als ebenfalls großes Langstreckendrehkreuz der Lufthansa ausgebaut und das wird man auch in den nächsten Jahren so fortführen. Ganz einfach gesagt, um jetzt endlich auch mal ein paar Flugzeugtypen zu nennen, meine Güte, hat es lange gedauert, am Münchner Flughafen wurde gar nicht unbedingt der A340-600 durch A380 aus Frankfurt ersetzt, sondern vielmehr ergänzt. Also am Münchner Flughafen sieht man jetzt A340, A380 und ja natürlich auch den A350. Also fast alles, was die moderne Lufthansa-Langstreckenflotte so zu bieten hat. Aber das Thema hatten wir schon häufiger mal. Auf jeden Fall bietet der Münchner Flughafen laut Ansicht von Lufthansa zum aktuellen Zeitpunkt die ausreichende Qualität und genug Potenzial für weiteres Wachstum. Und eine enge Zusammenarbeit zwischen der größten deutschen Fluggesellschaft und dem Flughafenbetreiber des Flughafens München ist auch nichts Neues. Dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück ins Jahr 2003. Das ist tatsächlich schon gut 16 Jahre her, aber da wurde im Sommer am Münchner Flughafen das neue Terminal 2 eröffnet, durch welches die Kapazität des Airports auf gut 50 Millionen Gäste pro Jahr erhöht wurde. Das gesamte Bauvorhaben wurde dabei zu 40% durch Lufthansa finanziert und zu 60% durch den Flughafen München. Und die Rechnung ging auch innerhalb kürzester Zeit voll auf und schon damals plante man am Münchner Flughafen für eine dritte Start- und Landebahn, um die Kapazität des simplen, aber gut durchdacht konstruierten Airports langfristig erhöhen zu können. Das hat bis heute nicht funktioniert und damit startete man damals wahrscheinlich die größte politische Diskussion zum Thema Flughafen München. Das gut 25 Millionen Passagiere starke Terminal 2 erreichte dann aber recht schnell seine Kapazitätsgrenze und man beschloss im Jahr 2010 eine Erweiterung in Form eines Satellitenterminals. Bezahlt wurde wieder zu 40% durch die Lufthansa AG und den Rest hat dann die Betreibergesellschaft des Flughafens München übernommen. Das Satellitenterminal war dann im Jahr 2016 fertig, wurde in Betrieb genommen und somit erhöhte sich die Kapazität des gesamten Terminals 2 auf insgesamt 36 Millionen Passagiere pro Jahr. Satellitenterminal bedeutet hier ganz einfach, dass diese Erweiterung nicht direkt an das Hauptgebäude des Terminals 2 angrenzt und man einfach so durchlaufen könnte, sondern Passagiere werden hier mit einer Art Flughafeneigener U-Bahn hin und her gefahren. Das sorgt vor allem ganz einfach dafür, dass man die simple, aber ja vom Ding her ganz praktische Struktur beziehungsweise Konstruktionsweise des Flughafens München nicht durch einen Anbau kaputt macht, sondern ganz einfach genauso weiterbauen kann wie vorher auch. In diesen ganzen Jahren wurde der Flughafen München als Drehkreuz also ganz klar durch die Lufthansa mit aufgebaut. Und den Frankfurter Flughafen darf man derweil natürlich auch nicht vernachlässigen, da ist seit der Jahrtausendwende auch ordentlich was passiert. Während die Startbahn West, also die Piste 1-8, schon seit mittlerweile 35 Jahren besteht, ist die Landebahn Nordwest, also die 2-5 rechts beziehungsweise die 0-7 links, noch nicht ganz so alt. Die wurde im Jahr 2011 in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Münchner Flughafen konnte man in Frankfurt allerdings gebäudeseitig nicht so vergleichsweise einfach erweitern. Denn vor allem die Form beziehungsweise die Konstruktionsweise des Terminals 1 sorgt zwar im Anfangsstadium, was schon einige Jahre her ist, dafür, dass Passagiere vergleichsweise kurze Wege haben, bringt aber eben auch sehr wenig Potenzial zum Ausbauen mit. So ziemlich alles, was über die ganzen Jahre rundherum entstanden ist, um die heute mögliche Kapazität des Frankfurter Flughafens zu erreichen. Das sorgt dann eher für lange Passagierwege und erreicht damit ziemlich genau das Gegenteil. Und immer wieder gern genommenes Beispiel, während am Flughafen München aufgrund des großen Platzangebotes mehrere Standardrundflugzeuge mit einer Spannweite von bis zu 36 Metern, also A320 und 737 Familie, aneinander vorbei rollen können, macht in Frankfurt ein Flugzeug nach dem Pushback je nach Position direkt mal den Weg zu mehreren Parkpositionen für andere Flugzeuge dicht. Wirklich was Neues gibt es am Frankfurter Flughafen dann erst in ein paar Jahren mit dem Terminal 3. An dieser Stelle hat der Flughafen München zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch einen ganz klaren Vorteil. Und daher ist es auch nur logisch, dass das Terminal 2 jetzt mit genau der gleichen Zusammenarbeit wie die ganzen Jahre zuvor auch wieder erweitert werden soll. Es soll ein sogenannter T-Stil entstehen. Dies soll eine weitere Kapazität von bis zu 10 Millionen Passagieren ermöglichen und damit das gesamte Terminal 2 fit machen für jährlich über 45 Millionen Gäste. Und wenn man das so sieht, dann ist es natürlich gut möglich, dass hier in den nächsten Jahren irgendwann aus dem T vielleicht auch mal ein H werden könnte und somit die Kapazität des Flughafens München nochmal deutlich erhöht wird. Da muss man dann zwar eventuell doch nochmal ein bisschen aufpassen, dass nicht zu lange Wege für die Passagiere entstehen, aber zum aktuellen Zeitpunkt zumindest steht die Lufthansa voll und ganz hinter diesem Flughafen. Und das ist schön und gut für München. Auch wenn die Konstruktionsweise bzw. der Baustil des Flughafens vielen nicht so richtig gefällt und nicht annähernd so aufregend ist wie das, was man vielleicht aus anderen Ländern kennt, zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert das, was man da in München hat, sehr gut und lässt sich auch noch erweitern. Und daher kann ich mir auch recht gut vorstellen, dass der Flughafen München in Zusammenarbeit mit Lufthansa in den nächsten Jahren zumindest definitiv ein rasantes, aber auch gesundes Wachstum fahren kann und eventuell die Passagierkapazität des Münchner Flughafens auch irgendwann recht nah an die des Frankfurter Flughafens heranreicht. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem man dann mit zwei Start- und Landebahnen echt nicht mehr weiterkommt. Denn der Münchner Flughafen benötigt langfristig definitiv eine dritte Start- und Landebahn. London Heathrow oder auch Hongkong muss man sich jetzt hier nicht unbedingt als Beispiel nehmen, denn dass diese Flughäfen so funktionieren, wie sie funktionieren, ist viel mehr Wunder als wirklich normal. Am Flughafen in Hongkong entsteht dafür ja schon gerade eine dritte Start- und Landebahn. Langfristig muss man aber natürlich davon ausgehen, dass der Flughafen München, aber auch genauso der Flughafen Frankfurt natürlich irgendwann nur noch mit extrem großem Aufwand erweiterbar ist. Das ist sicherlich noch eine ganze Weile hin, bis man da angekommen ist, aber dann ist vielleicht wirklich mal die Zeit reif für einen Berliner Flughafen. Tja, wir werden es dann sehen. Ist auf jeden Fall recht spannend, was da zum aktuellen Zeitpunkt alles so passiert. Wir sprechen auf jeden Fall wieder über das Thema, wenn dann die endgültigen Zahlen zum Jahr 2019 zu den beiden Flughäfen veröffentlicht werden. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Jetzt freue ich mich sehr auf eure Kommentare und dann lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.